Also ich loote oben das Holzfällercamp. Mach das. Ja, das mach ich. Ja, Mama. Und ich habe hier eine Scare gefunden. Ja, was ist denn eine Scare? Mach die Angst. Die hat sich erschreckt. Oh, oh. Hm. Ja, der Berg, ne? Der Berg ruft. Woher ruft der denn? Ah, hier. Ruft der nach seiner Mama? Au, au, au. Die beide noch so, oh, au. Schön synchron, ey. Hallo? Wie geht's? Du bist Verwerfer über mich. Ich bin bei dir im Berg. Ja. Hast du ein Auto? Nein. Christian, kleiner Tipp. Geh nicht da unter wo wir unten liegen. Aber woanders kann er nicht runtergehen. Aber das ist dumm. Auch nicht seitlich. Auch nicht seitlich. Das hat nicht funktioniert. Seid solche Idioten. Wie geil. Jetzt beeil dich mal. Ich lauf da schon ohne Waffe. Achso. Hebt mich zuerst auf. Ich hab schon Team Solo gecarried hier. Ich sterbe aber vor dir. Eine Millisekunde. Alter, das ist... Lol. Da war einer? Hm. Da war einer? Der war genau über uns. Jo. Warte, warte. Ich glaub Daniel ist. Ich hab ihn gesehen. Ja, wow. Du hast ihn gesehen? Ja. Ähm, wenn du noch ein bisschen weiter vor gehst, genau so, dann müsstest du jetzt sterben. Warte. Wie viel Verbände hast du? Ja, komm her. Dann machen wir das jetzt direkt. Wie viel hast du? Ich hab nur zwei Verbände, zwei Kästen. Ein Schmerzmittel und vier Energies. Achso, okay. Dann ich hab einen Kasten, 15 Verbände und vier Energies. Dann geb ich dir nochmal fünf Verbände, dann haben wir beide 20. Äh, so. Äh, ich häng fest. Ich, 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 ich häng fest. Was? Nein! Soll ich dich mal mit der Bratweine schlagen? Nein. Ich, ich, nein! Versuch mal hier hochzuklettern. Hier auf dem... Geht nicht! Hä? Warte, hast du eine Granate? Ich hab eine Granate. Soll ich eine Rauchgranate schmeißen? Nein, 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 weg, 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 hau ab, hau ab. Achso, du willst dich umbringen? Nein! Das freut mich an. Warte, warte, ich werfe noch eine. Aber nicht zu mir! Bitte, hau mich weg, hau mich weg, hau mich weg. Nein! Okay, ich hab nur einen Versuch. Warte, halt die doch in der Hand fest. Nein, ich will mich nicht umbringen. Ach so. Nein, nein! Die soll mich wegkauen. Schlag mich mit der Faust an. Mit der Faust. Die Faust ist aber auch cool. Nein! Nein! Geh da raus! Kriss! Das ist doch kacke! Nein, nur eine Splittergranate hilft. Die kann mich wegstoßen. Warte, ist nur ein Auto, bleib da! Jesus Christoph! Das ist doch eine Verarsche. Fuck! Ich brauch Hilfe! Einer muss mir helfen! Mein Freund stellt fest! Nein! Du Nutte! Jetzt! Schneller! Los! Kommst du raus? Nein, versuch mich zu halten kurz. Vielleicht komm ich da raus. Wieso macht er nichts? Ja! So oder so bin ich jetzt tot. Aber... Der Versuch zählt! Ne! Okay, nimm mal ein Zeug abfach. Das ist doch... Also ich... Dann schmeiß alles weg! Dann schmeiß alles weg! Es ist alles weg, was gut ist. Die Muni. Vielleicht ist das noch gut. Vielleicht ist das noch gut. Gib deinen Helm! Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, sonst brauch ich eigentlich nichts. Ne, das passt schon so. Tschüss, küs! Vergiss dich nicht zu heilen. Du Huren, so ein Spiel! Sie fragen dir, wie du bist. Du musst nur sagen, dass du gut bist. Wenn du nicht wirklich gut bist. Wenn du einfach nicht gut bist. Weil du einfach nicht in das geht. Weil sie das nie verstehen würden. Oh, der Motor war vor uns. Jetzt glaube ich nur einer, oder? Verfolg ihn. Okay. Halt mal still. Beim Fahren. Fahr weiter. Einfach vers... Gepaart, Gomi! Au! Au! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Geh... 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 Alter! Der Panzer! Der Panzer! Hehehe. Xper... Wah... Ist ja was hier, oder? Geh... Ja... Ja... Das muss reichen. Ah... Ah... Junge Junge Junge! Der Panzer! Der Panzer! Der Panzer! Fuck! Was ist das? Schneid dich an! Schneid dich an! Nein! Das ist 18. Okay. Lass einfach dran sitzen bleiben. Wenn die Spieler das gesehen haben, denken die, wir hatten uns ja zerwischt. Verkehrsunfall. Ah! Meine! Meine! So, jetzt habe ich nur noch einen Energydrink. Ich auch. Ich sehe noch keinen. In den Fenstern vielleicht. Ja. Einen ausgenockt. Nicht mehr schießen. Der sieht dich vielleicht. Wohl, der ist da waren zwei und den zweiten hab ich nicht. Ja. Egal. Die müssen zu uns. Ja. Ja. Moment mal. Warte, ist ein Spieler. 115. Wir müssen auch ein bisschen weiter zurück. Wir sind nicht ganz drin. Ja. Meist. Da ist wieder einer rausgegangen. Ich weiß nicht. Also ich habe nur einen rausgegangen. Von dem hab ich auch so ein bisschen getroffen. Aber. Achtung. Osten ist halt. So ist bescheid wenn sie. Ach da. Ich habe ihn. blind durchgeschossen durch den Busch. Geile Scheiße. Äh. Ja. Mist. Was machen wir jetzt. Wir müssen aber jetzt irgendwie. Wir müssen aber jetzt noch weiter. Wir haben noch so ein bisschen. Naja. Werden aber jetzt genau zwischen die Fronten kommen vor uns ein Leute und rechts werden vor uns ein Leute sein. Also ich kann nicht auf uns schießen. Oh Gott. Äh. Da ist noch der Airdrop vor uns. Da ist noch der Airdrop vor uns. Oh nein. Nicht wirklich jetzt. Ja doch. Ich glaube der liegt aber schon ewig. Ja ja schon. Aber. Das weiß nicht jeder. Oder das glaubt zumindest nicht jeder. Das ist der Point of View ne. Ja. Point of Interest. So. Also ich würde sagen von Nordwesten kommt schon mal nix. Äh. Da ist der Spieler. Wo? Äh. Südwesten. Schießen wir? Ja. Okay. Äh. Was mach ich jetzt? Ab. Ja super. Granate von links. Ich geh so ein bisschen nach rechts. Also. Jemand hat uns schon mal. Aber gut das sind ja nicht das ey. Gute Zusammenarbeit. Ja. Granate. Wo ist der Typ? Und nicht automatisch. Ja ich hab. Ja ich hab. Ja jetzt auf Feuerstoß hier. Eine Waffe. Wo ist der Typ? Bei den Steinen wir das schätzt sich mal. Das Problem ist. Ja für uns irgendwie schätzt sich mal aber. Wir müssen da irgendwie jetzt hin ne. Oder. Ne müssen wir nicht. Müssen wir gar nicht. Nein. Du weißt schon dass da dann da uns in den Rücken schießt oder? Ne 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 ne. Wir nehmen die Zone als äh hier können wir die Zone als Deckung den von hinten. Ach so mal zu tun. Jetzt schießen wir den mit in den Rücken. Oh ja ich seh. Wo? Äh da wo läuft es gerade so. Ah ja ich seh's. Ah ja ich seh's. Ah man ich bin drauf. Habt ihr nebengeschossen? Ah ham ham. Ah hast ausgenutzt nur. Ähm gut wieder zusammengeschossen. Wir haben auch nennt. Kumpel müssen gleich da sein. Vor einem schönen Geld ne. Ja ich warte hier. Die schießen auf uns. Automatik. Oder nicht auf uns. Ich seh ein hinterm Baum. Hebt sein Kumpel glaub ich auch oder lootet. Hebt sein Kumpel glaub ich auch oder lootet. Der lootet sein Kumpel. Nein. Ah das war ein anderer. Aber der hat den glaub ich dann gefinigt. Du hast ihn ausgenutzt. Ah ne der hat den aufgehoben. Habt ihn getroffen. Ja genug getroffen. Pass auf das ist noch ein anderer. Ja ja das sind zwei Leute mindestens. Er ist weiter oben. Der eine hat glaub ich sein Kumpel aufgehoben. Ja ich hab den einen. Ja ich hab außerhalb des Spielbereichs. Aber da war halt noch ein zweiter. Und wir sind immer noch in der Zone scheiße ey. Jetzt ist rechts von uns ein bisschen so ne Sache. Ah. Unter uns. Bei mir aus 125. Der hat mich auch bemerkt. Ich hab nicht getroffen. Und wenn wir weiter gehen kommen wir nicht mehr hoch. Wir müssen hier. Das könnte ja gewesen sein. Egal wir müssen vor. Es sind noch drei Gegner. Da rechts unten ist der. Ja ja ich sehe ihn rollen. Wo. Leiche so rechts hinterm. Kannste auch die Gradzahl sein. Ja ich hab. Jetzt sehe ich nicht mehr. Auf Leichen achte ich dann weniger. So eigentlich sind wir ja grad in der Superior Position. Ich hör sie aber ich seh sie nicht. Also garantiert da unten einer. Ja. Da muss noch einer sein. Und der dritte. Keine Ahnung. Ja ich seh ihn. Ehh 115 glaube ich. Ah da ich seh es. Ah super. Ey man. Das gibt doch nicht. Ja. Weil ich schieße immer drauf und du. Äh der ist direkt umsonst. Tod. 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 Farben. Das ist außerhalb der. Außerhalb der zone ist er gestorben. Ja. Warte lass ihn auf Fun-Duell. Du bist verrückt. Nein. Warte warte. Ich hab was besseres. Molly. Nein. Verkackt. Ey. Der geht ja nicht drauf ein. Deswegen. Wow. Dreifachschuss. Boom. Och man. Ich wollte ein Fun-Duell. Wie viele Kids hast du? Drei. Ich auch. Jetzt war ich da vorne außerhalb der Zone. Nice, Gewinner, Gewinner, Hühnchen-Dinner. Juhu! Schöner Arbeitsweg. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Kopf. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Grenze. Ich darf nicht. Oh mein Gott. Ja. 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 Ja.